Ja, wir gehen so langsam von Mozart, Satie, Weihnachtsmann, Richtung Kuba, aber das Ganze ein bisschen über Jazz, über World Music und dein Weihnachtslied nennt sich Josef. Lieber Josef, mein. Ja, ich bin doch ganz happy vom Publikum, vom Chor der Landesbühne in Sachsen, von Kenny Wesley. Und es hat unheimlich Spaß gemacht heute. Und wir freuen uns, dass es nicht unser letztes Konzert hier in Dresden und Umgebung war. Nach Meißen hier freuen wir uns ganz besonders auf Radegol, die Landesbühnen am 15. Dezember. Kommt vorbei, genießt Weihnachten mit richtig kubanischen Rhythmen, gewürzt, vermischt. Es wird sinnlich sein, genauso wie tanzbar. Es kann gelacht werden, es kann geweint werden. Gefühlswelt pur bei Christmas Meets Kuba. Dankeschön. Dankeschön.